ja gut du hast du hast du hast du hast das war klar du kannst ab ich lasse nicht mal ballern so spare ich mir munition sehr schön ich gehe voll zurück aber jetzt habe ich nicht mehr gebraucht aber okay diese kleine du gehst da rein okay dann kommt gut gemacht wird stolz auf dich alter sie sind ja gar kein ende mehr scheiß die ganze politik verschwindet ja wie es dir war gerade auch ach es hat zum katzen muss hallo wo willst du hin ok du willst auch lang da gucke ich erst rein das ist ein wetter da draußen sei geschirmt schneit donnert knarre wechseln hier ist da liegt was siehst du pdf time crow wo 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 Geile Waffe Ich wächst aber jetzt noch mal die Knarre, weil ich will mir die jetzt nicht komplett zerzimsen hier. So, da ist sie, da ist sie. Ah, 42. Leider haben wir jetzt gut Polizofa braten, ne? O'Neill mit seiner unendlichen Smartgun-Munition ist der Burner schlechthin. Können wir da hinten rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach so, warte mal, guck mal, das ist hier das Raumschiff. Ah, ich weiß immer noch nicht, wie diese eine Filme heißt. Diese Vor-Dings von Alien. Ach, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Es tut mir leid, Leute. Oh, Mann. Jetzt sind wir diesen komischen... Ja, das sieht definitiv aus. Dieses Vorteil... Boah, wie ruhig das hier ist, ey. Wo hast du diese megamäßig fetten Fußtritte? Was macht er denn jetzt? Oh, du kannst so gut spazieren gehen. Ich hab das Gefühl, wir laufen hier in der Falle. Boah, wo hat's auch? Und endlich... Das ist gut, mach weiter, O'Neill. Du bist unzerstörbar. Du bist unzerstörbar. Du bist unzerstörbar. Ja, ja. Ja, ja. Verstanden. Bleiben Sie am Ende, oder sollen Sie nochmal in der Arsch. Doch der Eierkommandiert. Okay. Der muss auch mal schießen, Alter. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit macht, ob der Eier zücht... So, jetzt mal eben schnell hier rein. Wuh. Soll er das nochmal erledigen? Ja. 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 Okay. Ja, viel Glück mit all dem. Ja. Ich wünsche uns auch Glück jetzt hier. So, O'Neal, bist fertig? Musst du alles platt Macht, jo O'Neal, du bist Ein richtig geiler Hund, ey Muss ziemlich weit nach unten gucken O'Neal war fleißig Richtig fleißig Oh, warte mal hier Sehr schön Wir haben auch genug verballert Wenn man mal trifft Schau auf die andere Schau auf die andere Boah, ich muss hier eine Knarre wieder wechseln, Alter Jetzt aber feiern Not gemacht, O'Neal Wurde auch langsam Zeit, ey Kleine Monster, Sau Ist das ein Willi, ey Oh, da war gut Okay, zu Schaduskowski Oh, mit dem roten Laser Zielfern Okay, hier oben können wir nochmal reingucken Sehr schön Shoot Moon Okay, können wir jetzt nichts machen Also, das ist nur ein Flugdeck oder so was So, okay Na, warum soll ich jetzt zu machen Riesenanlage hier Riesenanlage Was die hier sich alles gebaut haben Krasses Geil Nee, das ist geil Krass geil Haha Okay, es geht ganz schön weit nach oben Mann, Mann, Mann Ein hohes Flugobjekt hier War eben so Okay Okay Da war es hier Ding, ding Dreck vor der Nase Heißt, und er schießt nicht Oh, und ihr, du bist zum Kotzen Manchmal kannst du es manchmal nicht So, jetzt habe ich 137 Schuss Jetzt werde ich mal die Kanone wieder wechseln 300 Willi, ey Ah, zieht doch die Kiwaffe rüber Knall hier Was für Geräusche, Alter Da wird mir ganz mulmig Oh, ich lade jetzt erst mal nach hier Ja Oh, da haben wir schon wieder Ey, wow Da haben wir Munition schon wieder zusammen Das ist schon mal die schlechte Was mit ihr Nee, das war Diese, war das hier Genau 15 Auch nachgeladen Okay, welche nehmen wir jetzt Mit 260, 284 Guck mal hier Diese Diese haben wir auch schon länger Nicht mehr genommen Ja, hier heb ich mir auf Das ist irgendwie so eine super Wumme Die sollten mal sich ein bisschen halten Was haben wir hier 288 Achso, das ist die Ja Scheiße Ah, ich komm jetzt nicht drauf Wie der Scheißfilm heißt Da ist dieses Alien ja auch Das ist der Es war der erste Teil, ne Ja Wow, wow, wow Mist und hier du wirst nicht mehr sein er wurde war verwechselt mit der kann man so schlecht schießen scheiße hier verballert man aber ganz schön viel das ist schon enorm so und hat jetzt war ich dann ist jetzt komme ich da nicht hin bist weißt das von ihr garten hier ach das also auch mann da lege jetzt auch munition okay dann habe ich mich schon verdammt aber ist schon nicht schlecht hier dann ist hier aus dem ersten teil aber mich hindert das ja noch ein bisschen war dann was andere ja und hier scheiße gelaufene geil oder